Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Sandback Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sandback Chronicles 3. Ja, beim nächsten Mal haben wir hier Miyabi gerettet und auch Kamurabi, aber das Wichtigste, Miyabi hat sich uns angeschlossen. Ich hoffe mal, dass sie jetzt nicht einfach wieder nur so ein Nebencharakter ist, der einmal erwähnt wird und jetzt irgendwo gammelt, sondern dass die eventuell jetzt wirklich irgendwie storybasiert jetzt dabei ist, aber die Hoffnung ist gering. Wir haben sie gerettet, auch andere, die schon im 9. Intervall waren und verstorben sind, haben wir beim letzten Mal gerettet, darunter Wamba und auch Kamurabi. Der hat bestimmte Heldenmissionen in der City, ganz bestimmt, aber es ist auf jeden Fall schön, dass Miyabi mit ihrer alten Freundin Miyabi jetzt endlich wieder vereint ist. Ja, und wir wollen jetzt noch weiter eigentlich erstmal die Hauptquests hier vorantreiben. Ich will nur gerade gucken, was hier mit der Kolonie jetzt hier ist, mit Kolonie Omega. Na guck mal, da ist ja auch direkt eine Quest. Ich dachte, ich dachte, wir haben ihn. Ich habe ihn. Du kannst jetzt nicht aufhören, was du jetzt aufhören. Die Verkunft hat bereits entschieden. Sie sind ruhig. Es ist genug. Du wirst, ich mache nicht so, wie meine Schwestern mir machen. Die Schwestern, die du suchenst... Huh? ... sind noch mehr. Es ist du. Your senses return suddenly. You must be feeling confused. If we startled you, we're sorry. Everyone, please put away your weapons. Mimi? It's okay. It's Kamaravi. He wouldn't attack a defenseless opponent. What makes you so sure? I don't believe it's consistent with the warrior's way you follow. You've got some guts. You must want something of me. I'll hear you out. I'll start from the end. We want you to come to the city with us. City? Which colony is that? Is it a colony? How to explain? It's a special place. Safer than where we are at present. Of course, we don't intend to hold you against your will or force you into anything. And what has it to do with me? What do you seek to gain from this? We want you to live true to yourself. True to? Explain. Someone once showed us it was possible to live life as we wanted to. We want to pass it on and let you be free. Free? Are you okay? It's nothing. Just a little twinge. Could it be Miyabi's lingering influence? No. This is innate. I can't see through it, but it's fine. Remember the fight with P&O? It could be from that. That pain was the price. What Kamaravi paid for freedom. Or maybe still does. About what you asked of me before. I have one condition. Promise me that they will receive the same treatment as I. That was our intent from the start. You needn't worry on that count. I thank you. Whatever the circumstance we find ourselves in, the crucial question is always... How do we live? They will realize it too, before long. I wish to find the path I should tread. To discover my warrior's way. For now, we are traveling companions, headed for this place you call the city. Thank you. You will be welcome there. By the by, Kamaravi. How are you with heights? In what sense? I thought you might be startled. So I wanted to give you a heads up. Hmm? You'll understand when you see it. We'll let you know once we're ready to go. Understood. Good. I awaited eagerly. The radiant flame clock. Isn't it funny? I'll be together here like this. It's partly thanks to this thing. Dadurch konnten sie sich wieder sehen. Und Kamaravi jetzt auch. Mamba und Hakut auch was speziell zu sagen haben? Ich würde sagen, bevor wir mit der Hauptstory machen, äh, 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 also, mit der weitermachen, und zieh mir tatsächlich Kamaravis Mission hier mal vor. Dann haben wir noch einen Helden. Er erinnert sich nicht, wer er war. Ja, wir hatten voll die Erinnerung, aber, äh, Hakut hat sie beispielsweise nicht. Na gut, let's go, ne? Los geht's. Haben wir eigentlich hier einen Schnellreisepunkt. Ich bin ein Leif auf der Grundlage eines Rücken. Ich bin ein Sten, Warming in the Sun. Ich bin die Wolken auf einem Windloser Tag. Ich bin die Rheide, die Bends, aber nicht Break. Ich bin die Rheide, ich bin die Rheide, Ich glaube, er hat nicht die Höhe, nachher. Oh, funny, considering how gung-ho he was riding around in his Theronis. Yeah, okay, but I don't think we should talk about the past in front of him. He's just been born, and in a tenth term body. I'm sure he just wants to focus on the here and now. What are you smirking at? Oh, just... you're a genuine good egg, Uni. Huh? Where did that come from? Hey there. Hey, Travis. Man, am I glad to see you guys. Something terrible's happened. You won't believe it. Oh, but no word of it to the boss lady, yeah? My salary's on the line here. That's a corker of a preamble, mate. You're gonna actually tell us what's going on? Somebody opened one of the cradles. You think it was an intruder? I don't know, but there weren't any obvious signs of it. The soldier inside has gone missing as well. Someone you knew, I gather. It's, uh... Oh, come on, it's on the tip of my tongue. You know, what's her name? Uh, with the silver hair. No way. Ethel. That's it, Ethel. Oh, why's all this happening on my watch? Oh, never mind. Now's not the time for reflection. If such is the situation... I shall assist as well. Where shall we look? What? Um, we were just... surprised... that you were so... uh... concerned. I am also recently of a cradle born. It may be some kind of fate at work. This soldier named Ethel, she may also find herself at a loss. So he... didn't actually remember. And also... you, good sir. Huh? Me? You must be frightfully exhausted. Do not push yourself, please. Hey, watch it, fella. I know I'm no spring chicken, but there's no need to rub it in. Sorry, mate. He's just been born. I'm pretty sure he didn't mean anything bad by it. Anyway, moving along. Movement in and out of the city is strictly regulated. So if there weren't any incidents reported so far, both the perp and Ethel must still be somewhere inside. Yeah, you're right. Let's first search for clues in the module warehouse. Good luck to you, you whippersnappers. In the meantime, we'll take custody of the friends you contacted us about. They're called Mwamba and Hacked. What's gonna happen to them? They're not quite back to themselves yet, right? We'll give them a checkup, make sure they're all there. And after that, well, keep them under observation, I suppose. Either way, you can leave them with us. Will you leave them in your able hands then? Yeah, yeah, sure thing. They'll be safer as ours is. I'll be in the war room. Keep me abreast of any developments. Nach der Quest hole ich übrigens Miyabi wieder ins Team, aber offenbar kriegen wir auch Ethel wieder zurück. Well, I mean, it sort of makes sense. Das wäre auf jeden Fall krass, wenn wir gleich zwei Helden jetzt bekommen. Also, Ethel ist ja gestorben, deswegen konnten wir sie ja nicht mehr nutzen. Naja, was heißt nutzen? Oh, Gareth. Oh, so das ist, wie sie es machen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn die beiden aufeinandertreffen, dass die ihre Erinnerung irgendwie wieder zurückbekommen. Aber, äh, ist schon krass, dass wir gleich am Stück drei Helden wahrscheinlich bekommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir Ethel jetzt zurückbekommen. Well, es ist wirklich empty. Es ist definitiv Ethels Modul. Aber warum würde jemanden sie wollen? Wenn wir das wissen wollen, müssen wir ihn einfach holen. Und was wissen Sie? Ich weiß, dass sie uns eine Klinik gegeben haben. Ich weiß, dass sie uns eine Klinik gegeben haben. Sie sind gut von ihnen. Diese Klinik ist überall auf dem Ort. Sie sehen, dass sie in einer Rache sind. Sie sind nicht Ethels, sind sie? Aber dann, wer? Wir müssen sie nur folgen, um herausfinden. Sie können nicht zu weit gehen. Ja. Lass uns gehen. Gehen rund um mit schulden Fuß. Oh, schuldig. Ich denke, das ist wahrscheinlich die Leiste ihrer Probleme. Was kann ich jetzt tun? Um, entschuldigung. Mimmi? Cubibi, sorry. Sorry. So sorry. We haven't even said anything yet. Cubibi, no, without saying. Friends come looking for naughty boy Cubibi. Cubibi never meant to do any harm. Cubibi just... Ich möchte einfach ein Spiel von Ultimative Hide-and-Seek. Hide-and-Seek? Was ist das? Es ist der Ultimative Pass-Time, der Daringly Go-N-Hide. Wir können nicht gehen. Daringly? Define eine Prohibition? Me? Können Sie mich bitte nicht sagen, dass du nicht schrecklich bist? Also warum hast du den Kradel ab? Wenn du auf der Panel bist, es eröffnet sich selbst. Und wenn es eröffnet wird, warte und warte. Kübibi wirklich, wirklich sorry. Wir verstehen uns jetzt, also warte deine Träume. Schau, du hast dein Kradel getötet. Und was passiert danach? Du gehst irgendwo mit dem Bewusstsein? Kübibi wird Angst und fliegt von den Hidern. Aber kann sagen, Morley oder Leslie, wo sie gehen. Kübibi denkt, dass sie die Richtung des Centrilo Parade ist. Ich bin die Morgenstern in einer Pindelgröde. Ich bin Mithrace, aufgrund der Saison. Ich bin Mithrace. Ich bin Mithrace? Ich bin Mithrace. Ich erwarte nicht, dass sie zu schwer sein sein werden. Aber du musst etwas Repentieren machen. Vielleicht. Lass uns Qbibi und Travis' Hände lassen und nachdenken Ethel. Sie sieht ziemlich bezeichnend. Niemand auf der Centrilo Parade sollte sie sehen. Du bist richtig. Ja, lass uns gehen. Äthel! Äthel! Ich bin Mithrace. Bist du nicht verletzt? Ich bin Mithrace. Bist du nicht verletzt? Nichts. Ich kann nur nicht sehen. Auf jeden Fall... Kamaravi. Du schlussst... Kamaravi. Ethel, du kennst ihn? Ich muss... ...dass ich... Ich muss... Aber warum? Geh es einfach. Geh es einfach. Wir helfen dir. Kein Problem. Jetzt kommt die schwierige Sache. Was machen wir von hier? Was können wir, außer sie in der Stadt? Eine erste Terme nicht in einer Kampf. Findest du das acceptable? Ich weiß nicht. Ich habe eine Prozesse. Ich bin ein paar Mal. Ich bin ein paar Mal. Ich bin ein paar Mal. Warte. Du bist sagen, du willst nach Ethel nachzudenken? Ich bin ein paar Jahre alt. Ich möchte sie haben diese Freiheit. Ich weiß nicht warum. Aber ich fühle mich sehr. Für jetzt, schauen wir was Travis denkt. Ich weiß nicht. Ich bin ein paar Mal. Ich habe ihn nicht. Wir müssen uns selbst entscheiden. Travis. Ich bin Angst, dass wir ihn wiederholfen werden. Das ist nicht die Fatigue, die dieser Mann mit handelt. Das wissen Sie? Verst du es. Vielleicht nicht das zu ihm. Ja? Er ist ein bisschen touchy. Ich verstehe. Ich werde ihn erinnern. Ich finde, der kurze Schnitt steht hier tatsächlich. Also Ethel ist jetzt wieder ein Intervall alt. Aber sie scheinen ihre Erinnerung tatsächlich teilweise zurück zu haben. Naja, teilweise wie gesagt. Und hier läuft auch Miyabi rum. Das unterstützt eher die These, dass sie wahrscheinlich nicht in die Story integriert ist. Sondern wirklich einfach nur, ja, war eine Quest und Miyabi ist jetzt ein Held. Was ich sehr schade dann auf jeden Fall finde. Das ist sehr, sehr schade. Ich hätte das gefeiert, wäre es jetzt ein Teil der Story. Aber, ja, einfach nur wieder Nebencharakter. Richtig traurig. Ja. 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 Ich habe nur noch nie in meiner Leben gedacht, dass ich auf der Begründung dieser Art von Sprache gewesen wäre. Der Zukunft. Wirklich? Es ist ein Land foreign. Huh. Ich glaube, es ist. Ich bin sicher, dass du und Äthel das finden. Der richtige Weg. Der richtige Code, um zu leben. Ja. Bis zum Zeitpunkt, ich, Kameravi, bin bereit für die Stadt zu machen. Und für dich auch. Oh, das ist so, wie sie es machen. 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 So, die beiden sind jetzt auf einem guten Trick. Steht in seiner Schuld. Sei nicht so gierig. Aber kann ich jetzt Äthel auch wieder nutzen? Nee, Äthel ist immer noch nicht nutzbar. Aber hey, sie lebt wieder. Was kann denn Kameravi so, wenn ich ihn jetzt hier nutze? Einmal ganz kurz ausrüsten, nur um die Fähigkeit nebenher zu gucken. Technik nutzt und verbraucht 10% der aktuellen KP gewährt eine hohe Kritzrate. Also, Angriff, äh, ne, Leben abgeben, um in den Tarn richtig hart Kritz reinzuprügeln. Er kann auch umwerfen, das ist sehr praktisch. Okay. Flächenangriff, der hat Brandauslöser, aber dafür auch HP vernichtet von sich selber. Also, das ist ein kompletter Damage-Dealer. Ach, äh, und was macht seine Ult? Das ist ein übelster Flächenangriff. Na gut, wieder zurück wechseln. Jetzt fehlt nur noch ein Held, den wir freischalten müssen, ne? Ich hole aber, äh, ähm, Javi schon mal wieder ins Team. Ich kann ja auf der Karte gucken, ob irgendwo ein Fragezeichen ist. Das war die falsche Taste. Das war die richtige Taste. Ne, hier scheinen keine Nebenquests zu sein. Aber schön, dass wir auch Äpfel so halbwegs wieder haben, ne? Ähm, wir machen damit der Story beim nächsten Mal weiter. Ich denke mal nicht, dass wir jetzt noch eine weitere Helden-Mission jetzt hier vor uns haben. Zumindest sieht es nicht so aus. Äh, äh, javi bleibt jetzt erstmal eine rübergehende Weise in unserem Team, bis so irgendwann eine neue Helden-Mission da ist. Ich finde, sie gehört jetzt einfach ins Team. Für alles, was wir für sie durchmachen mussten. Und vor allem wegen dem emotionalen Wiedersehen. Das muss einfach sein. Auf jeden Fall, Leute. Wenn euch der Part gefallen hat, ihr kennt den Drill. Ein Abo und ein Like da lassen. Und... Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann bin ich dann auch, äh, zur ETA schon rüber gewechselt. Bis dann aber sage ich Tschau. Bis dann! ۶ 3 5 7 7 8 Vielen Dank.